Hallo, willkommen zu meinem Tech Talk. Ich bin Björn. Ich bin Cloud Backend Engineer bei Cozy. Das heißt, ich entwickle hier Backend Software, serverseitige Software mit agilen Methoden. Vorher war ich Mobile Engineer auch bei Cozy und da habe ich vor allem mit Flutter Mobile Apps entwickelt und gerade dadurch habe ich jetzt eben irgendwie ein Interesse gehabt, mir mal anzuschauen, ob man mit Dart, der Sprache, die man da mit Flutter nutzt, ob man da nicht auch Backend Software mit entwickeln kann. Schauen wir zuerst mal auf die Geschichte von Dart. Dart ist grundsätzlich eine sehr junge Sprache, die existiert erst seit 2011. Das heißt, seit, ja, knapp über zehn Jahren. Die originale Dart-1-Sprache hatte zum Ziel, JavaScript quasi zu ersetzen im Browser. Es wird von Google entwickelt und Google hatte da den Plan eben, dass man die Dart-VM direkt in den Google Chrome Browser einbindet und das da so laufen lässt, wie man es halt gewohnt ist, dass da normalerweise JavaScript im Browser läuft. Das wurde ziemlich stark kritisiert dadurch, dass es eben entweder Apps hervorbringt, die nur in Google Chrome laufen oder andere Browser-Hersteller einfach dazu zwingt, auch die Dart-VM in ihren eigenen Browser einzubinden, obwohl sie nicht wirklich ein Mitspracherecht bei der Sprache haben. Generell wurde es dann allerdings auch wenig benutzt, wenig Software dafür ist entstanden und das Ganze hat sich ein wenig verlaufen, bis dann Dart-2 rauskam. Dart-2 hat dann die Sprache maßgeblich verändert. Wer vielleicht zu der Zeit von Dart-1 davon gehört hat, der denkt bei Dart vielleicht auch an so dynamische, an Dynamic Types, an Weekly Typed und an eine Sprache, die generell relativ ähnlich ist zu JavaScript. Das ist mit Dart-2 überhaupt nicht mehr der Fall. Die Sprache ist immer noch Garbage-Collected, aber die ist komplett statically-typed und strongly-typed. Sie ähnelt viel mehr anderen anderen modernen Sprachen wie Java oder Go oder was weiß ich, typischen Server-Entwicklungssprachen eigentlich oder allgemein nutzbaren Sprachen. Am bekanntesten ist Dart dafür, dass es für Flutter benutzt wird. Flutter ist ein UI-Entwicklungs-Framework, mit dem man vor allem Mobile-Apps entwickeln kann, aber gerade jetzt mit Flutter 3, was gerade rauskam, ist der Fokus auch eher dahin, dass man eigentlich alle möglichen nativen Apps damit entwickeln kann, auch für Desktop-Rechner. Aber darauf möchte ich gar nicht so sehr eingehen in meinem Talk, da mein Talk eben eher jetzt die Anwendung von Dart nicht für Flutter, sondern für Server-Software beinhaltet. Schauen wir uns zuerst mal ein bisschen die Sprache an, die Sprache selbst, da es meiner Meinung nach irgendwie auch wichtig ist, wenn man so eine Sprache benutzen will, wie so das Look and Feel ist, wie sie sich anfühlt beim Benutzen, wie der Code tatsächlich aussieht. Also schauen wir als allererstes mal auf eine ganz einfache Hello-World-Funktion, die macht, die ist, denke ich, relativ offensichtlich für jeden, der mal programmiert hat. Die printet einfach das Hello-World in die Konsole. Die Syntax sieht, denke ich, für jeden, der schon mal Java oder Kotlin oder C oder sonst was geschrieben hat in die Richtung, sieht es, denke ich, relativ bekannt aus. Die Syntax mit ein paar Veränderungen, die schon bei diesem Hello-World sichtbar sind. Einmal die Type-Inference, dass der Typ von der Message-Variable hier nicht explizit angegeben werden muss, wie zumindest früher bei Java. Inzwischen hat Java sowas ja auch. Und dass es Top-Level-Functions gibt. Das heißt, wir haben diese Main-Funktion direkt in der Datei drin, ohne die irgendwie zu nesten, noch in einer Klasse oder und dann da eine Public-Static-Volt-Main zu haben, wie man das vielleicht dann aus Java kennt und dieses ganze Boilerplate hat. Generell ist die Sprache eher von Grund auf schon von Anfang an funktionaler angehaucht als Java. Ein weiteres Feature, das Dart mitbringt, ist Sound-Null-Safety. Das existiert noch gar nicht so lange in Dart. Glaube ich seit etwa einem Jahr. Aber es hat schon eine sehr, sehr weite Adoption gefunden in Packages und natürlich auch bei Endanwendern. Das Feature kennt man ähnlich zum Beispiel aus Kotlin, wahrscheinlich am prominentesten. Wenn man hier sieht, dass der Methodenparameter Greeting eigentlich einen String-Type hat, aber noch so ein Fragezeichen dranhängt, dann heißt das, dass dieser Parameter bzw. diese Variable eben den Wert Null haben kann. Andersrum heißt es, wenn kein Fragezeichen an dem Type dransteht, dann kann der Wert der Variable nicht Null sein. Und dann ist man auch sicher davor, dass man da versehentlich in eine Null-Pointer-Exception rennt. Wenn man so einen Null-Check macht, wie in dieser Methode hier und dann in den alternativen Branch kommt, wo man weiß, dass die Variable nicht Null ist, einfach weil es vom Control-Flow sichergestellt ist, dann wird die Variable auch automatisch gecastet zu dem Non-Null-Type und man muss dann nicht noch irgendwie manuell das Casten zu String ohne Fragezeichen. Ein interessantes Feature von Dart, was sehr schön ist für die Modellierung von API, also von dem Interface, von dem Programmierinterface, sind Named Parameters. Wir haben hier einmal zwei Funktionen, wieder die Main-Funktion, die eine Create-File-Funktion aufruft. Und die Create-File-Funktion, da seht ihr, sind so Curly-Braces um die Parameter-Liste. Und alles, was in diesen Curly-Braces ist, das muss beim Aufruf dann mit Namen aufgerufen werden. Seht ihr unten dann beim Aufruf, da steht dann Name-Greeting. Alle Parameter, wo dann Required vorsteht, müssen mitgegeben werden und alle, wo nicht Required vorsteht, sind optional. Die können einfach weggelassen werden und vor allem können die auch in beliebiger Reihenfolge reingegeben werden. Wenn man die nicht Required macht, muss man dann allerdings die entweder als Nullable markieren oder eben einen Default-Wert daran schreiben. Diese Named Parameters, die erlauben einem eine sehr deklarative Programmier-API zu entwickeln. Das sieht man sehr stark, wenn man eben Flutter nutzt, aber das kann man natürlich auch selber genauso modellieren und genauso ausnutzen. Und sind generell ein super Tool, um klarzumachen, welche Semantik primitive Werte, die man irgendwo reingibt, haben. Wenn man zum Beispiel eine Methode hat, die irgendwie drei Integer erwartet, dann ist es halt sinnvoll zu verlangen, dass die mit dem Namen aufgerufen werden, damit nicht versehentlich an falscher Stelle die falsche Zahl reingegeben wird. Das macht einige Fehler sehr viel einfacher erkennbar, schneller erkennbar und menschenlesbarer, ohne dass man da irgendwie in die Docs reinschauen muss. Es gibt auch ein anderes interessantes Feature bei Indart Named Constructors. Man hat nicht wie in anderen Sprachen nur, oft nur überladene Konstruktoren, die eben sich unterscheiden durch den Typen der Variablen, der Parameter oder durch die Anzahl der Parameter. Sondern man kann hier auch sekundäre Konstruktoren erstellen, die einfach einen Namen haben, so wie hier dieser Rectangle Square Konstruktor. Das ist genauso ein vollwertiger Konstruktor wie der primäre Konstruktor, der hier die Breite und Höhe annimmt. Aber er hat halt einen Namen und man sieht genau, wenn man diese Klasse nutzen möchte, instanzieren möchte, muss man nicht durch 100 verschiedene Konstruktoren schauen, die irgendwie verschiedene Signaturen haben, aber nicht klar machen, welcher Konstruktor jetzt welchen Zweck hat. Man kann sehr viel schneller finden, welcher Konstruktor jetzt der ist, den man sucht. Ähnlich gibt es auch noch Factory Methods. Das kennt man aus anderen Sprachen vermutlich auch. In anderen Sprachen ist es allerdings oft, dass es dann einfach eine statische Methode der Klasse ist, die eine Instanz zurückgibt von der Klasse. Aber es ist nicht wirklich ein Sprachkonstrukt wie ein Dart, wo es wirklich in der Sprache mit vorgesehen ist. Wir sehen hier die Factory Method, die eine Instanz von der Square Klasse gibt. Die Factory Methods unterscheiden sich von Konstruktoren, vor allem dadurch, dass sie statisch irgendwie noch Arbeit verrichten können, bevor das Objekt tatsächlich instanziert wird. Und sie haben eben, wie in diesem Beispiel, auch die Möglichkeit, dass sie eine Subklasse, ja einen Subtypen zurückgeben, statt die eigentliche Klasse, auf der die Factory Method definiert ist. Das kann ein super Tool sein, um die Implementierung von einem Interface oder von einer abstrakten Klasse einfach zu verstecken, indem man nur diese Factory Method zur Verfügung stellt und die eigentliche Klasse komplett privat macht in dem Modul und gar nicht exportiert. Hier haben wir außerdem noch ein Beispiel für Lists, also für Collections. In Dart gibt es Lists und Maps als Literals. Das heißt, man kann die direkt in dem Code schreiben. Also Maps, einfach Key-Value-Zuordnung. Und Lists, ja, Lists, ich denke, ich hoffe, alle, die zuhören, kennen es. Die Syntax ist da sehr ähnlich wie in JSON, bloß, dass eben alle Data-Expressions letztlich valide Keys und Values sind. Auf diesen Collections sind dann auch viele funktionale Methoden definiert, so Map, Filter, Reduce, alles Mögliche, was man so braucht. Und wie man da sieht, wie man in dem Beispiel schon sieht, wo ich einfach mal ein For-Each gemacht habe und die Key-Values ausgebe, gibt es auch noch anonyme Funktionen, die man dann gerade bei dem funktionalen Programmieren nutzen kann. In anderen Sprachen heißen solche anonymen Funktionen dann eher Lambdas oder Closures. Aber im Grunde genommen ist es das Gleiche. Bei diesen anonymen Funktionen muss man nicht den Type angeben für die Variablen, kann man aber. Aber meistens können sie einfach inferrt werden, dadurch, dass durch das statische Typing sowieso klar ist, welche Typen die beiden Werte haben, wie in diesem Fall Key und Value. Wenn man mehr als nur eine Expression als Body quasi haben möchte von der anonymen Funktion, dann kann man statt diesem File auch einfach einen Block mit Curly Braces machen und da auch mehrere Statements einfügen. Wenn man keine anonymen Funktion nutzen möchte, sondern eben lieber einen semantischen Namen geben möchte für das, was man da macht, weil es ein wenig komplexer wird vielleicht, kann man eben so einfach den Namen irgendeiner Funktion benutzen und die sind quasi First Class Citizens in der Sprache. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, wo es auch vordergründig erstmal um Syntax geht, aber dahinter das Konzept dann wirklich interessant wird, nämlich Concurrency in Data, also Nebenläufigkeit. Ich habe hier mal eine Beispielmethode, die eine Remote-API, also eine HTTP-API einfach abfragt, die eine Liste von Seen in der Nähe einem zurückgibt und auf der Response dann eben filtert nach Namen. Also die konstruiert sich zuerst diese URI, die sie aufrufen möchte, macht dann den Get-Request in Zeile 18, decodet die Response mit dieser JSON-Decode-Methode zu Dart-Objekten, zu einer List of Maps in Dart und extrahiert dann eben mit dieser Mapping-Function den Namen der jeweiligen Seen und returnt das Ganze als Liste. Als erstes schauen wir mal, was da in der Methodensignatur vorgeht. Da ist dieses Async-Keyword, das markiert die Methode, die Funktion erstmal als Asynchronous. Das heißt, diese Methode, wenn die aufgerufen wird, die gibt nicht sofort etwas zurück, die gibt eine Future zurück. Das heißt, wenn man die aufruft, kann man nicht sofort mit dem Ergebnis weiterarbeiten. Man muss halt potenziell lange einfach darauf warten, dass das Ergebnis tatsächlich verfügbar wird. Innerhalb der Methode sieht es allerdings natürlich so aus, als würden wir einfach nur eine Liste zurückgeben. Durch dieses Async-Keyword wird das, was wir returnen, einfach automatisch gerappt in einer Future. Innerhalb von einer Async-Funktion kann man dann auch dieses Await-Keyword nutzen. Wir sehen hier diesen HTTP-Call, wo wir einen Get-Request machen. Das gibt natürlich auch eine Future zurück. Und mit dem Await sagen wir, okay, wir möchten einfach warten an dieser Stelle, was wir in einer Asynchron-Funktion einfach tun können, da wir niemanden blockieren. Und sobald die Future einen Wert tatsächlich zu einem Wert resolft, bekommen wir als Ergebnis dieser Expression eben diesen Wert. Und falls dieser Get-Request irgendwelche Fehler wirft, dann wird diese Exception weitergeworfen. Und im Endeffekt fühlt es sich so an, als hätte man einfach einen Synchron-Call gemacht. Von außerhalb, also etwa in diesem Beispiel aus der Main-Funktion, kann man asynchrone Funktionen einfach so aufrufen. Man muss da nicht einen neuen Thread für erstellen. Man muss nicht irgendwie einen Thread mit einem Thread-Pool rumhantieren oder einen Executor aufrufen, dem man das als Task reingebt. Man ruft einfach die Methode auf, die Async-Funktion auf und bekommt dann eben eine Future. Da wir uns eigentlich in der Synchron-Methode befinden, können wir nicht einfach so Await benutzen. Wir müssen stattdessen zum Beispiel so eine Callback-Funktion hier nutzen, dass wir mit diesem Then eben ein Callback registrieren, das aufgerufen wird mit dem Ergebnis der Future, sobald die durchgelaufen ist. Callbacks benutzt man nicht unbedingt immer direkt. Man probiert immer eher etwas, wirklich event-driven Design dann in Dart sich aufzubauen. Aber grundsätzlich ist die Möglichkeit eben immer da, um die Lücke zu füllen zwischen Synchron-Methoden und Asynchrone-Methoden. Wie funktioniert das Ganze? Wie funktioniert es, dass diese Methoden einfach so asynchron ablaufen? Dart exposed erstmal keine OS-Threads, also keine richtigen OS-Threads, wie man sie in den meisten anderen, vor allem älteren Sprachen, einfach immer verfügbar hat. Man kann also nicht einfach sich 100 Threads erstellen und da irgendwie die in seinen, oder ich weiß nicht, eher vier wahrscheinlich, aber in seinen Pool tun und die abarbeiten lassen. Vor allem haben diese Threads, führen natürlich oft dazu, dass man irgendwelche Probleme mit der Concurrency hat, dass man Race-Conditions hat, dass man, ja, weil die eben tatsächlich parallel laufen. Und wir reden hier aber nur über Nebenläufigkeit, was nicht bedeutet, dass Sachen tatsächlich gleichzeitig passieren. Stattdessen, statt OS-Threads hat Dart das Konzept von Isolates. Isolates sind quasi die Unit, in der das Programm tatsächlich läuft. Ein Isolate ist in der Regel, dahinter steckt dann ein OS-Thread, aber auch nur einer. Aber dieses Isolate kann dann eben ganz viele verschiedene Async-Tasks abarbeiten. Es geht damit durch eine Event-Loop, also dafür geht es durch eine Event-Loop. Die Events sind dann irgendwelche IO-Events, Events ausgelöst in der UI, irgendwelche Timer, die eben anschlagen. Und das Dart-Programm, also ein Dart-Programm, wenn man es schreibt, läuft erstmal grundsätzlich nur mit einem Isolate, das heißt nur mit einem Thread. Das heißt grundsätzlich ist ein Dart-Programm, wenn man weiter nichts tut, Single-Threaded. Aber kann eben massiv sehr viele Parallele, nein, nicht Parallele, sondern nebenläufige Tasks erledigen. Wenn man tatsächlich irgendeine Aufgabe hat, die computational, also die einfach heavy an Computation ist, dass man tatsächlich einen Prozessorkern auslasten könnte damit, dann kann es Sinn machen, dass man mehr Isolate spawnt. Da kann man einfach einen Worker-Isolate spawnen, aber das muss man sich konzeptuell fast vorstellen, als würde man einen separaten Prozess starten. Diese Isolates können dann untereinander auch nur kommunizieren über einen Channel quasi, also über Message-Parsing untereinander und diese Messages, die sie austauschen müssen, simple Typen sein, also diesen nativen Dart-Primitives, also Ints, Doubles, Strings oder eben Listen und Maps funktionieren auch. Das schränkt einen dabei natürlich ein wenig ein, aber es macht auch grundsätzlich nur Sinn, wenn man, wie gesagt, tatsächlich etwas hat, etwas, was sehr aufwendig zu berechnen ist. Diese Isolates haben komplett verschiedene, also komplett getrennte Heaps, die haben jeweils einen eigenen Garbage-Collector, die können sich überhaupt nicht gegenseitig wirklich ausbremsen und die verhindern eben dadurch, dass sie getrennt sind, viele Probleme, die man normalerweise mit Concurrency hat, wenn man das tatsächlich mit Parallelisierung macht und mit gemeinsamen Shared-Memory. Denn viele Race-Conditions können so überhaupt nicht auftreten, weil nicht gleichzeitig durch zwei Threads auf irgendwie den gleichen Memory-Bereich zugegriffen werden kann. An sich ist das auch gar nicht so schlimm, dass ein DART-Programm in der Regel einfach Single-Threaded ist, weil die meisten Tasks, die man so im Alltag, zumindest in einer Firma wie Cozy hat, sind einfach IO-Bound. Das sind dann Sachen wie Datenbank-Zugriffe, HTTP-Requests oder Ähnliches. Und in der Zeit, wo man auf so etwas wartet, auf das Netzwerk oder auf das Filesystem, muss der Thread nicht unbedingt blockieren und muss nicht zugucken, wie nichts passiert. Er kann einfach in der Zeit was anderes machen. Damit sind die DART-Isolates auch deutlich more lightweight, als tatsächliche Threads zu benutzen, weil ein Thread benutzen bedeutet immer Memory allokieren und sehr viel Arbeit für das US letztlich, gerade wenn es dann wirklich hart auf hart kommt mit der Performance. Und wenn einfach ein Thread durch diese Event-Loop geht und die Events arbeitet, aber man nicht immer einen ganzen Thread blockiert, wenn man auf irgendwelche IO-Operationen wartet, dann kann ein Thread sehr viel mehr bewerkstelligen. Schauen wir uns mal kurz an, wie die DART-Runtime selber funktioniert. DART-Programme werden erstmal just-in-time kompiliert. Das heißt, man installiert sich die DART-SDK, man führt einfach DART-Run mit seiner DART-Source-Datei aus und dann führt es das aus. Dabei wird es erstmal zu Bytecode kompiliert und dann nach und nach, je nach Bedarf, je nachdem wo so die Flaschenhälse sind, wird es dann zu Maschinencode runterkompiliert und optimiert. Das klingt, wer es kennt, eben sehr ähnlich, wie die JVM es in der Regel macht. Dieses Just-in-Time-Compilation unterstützt auch Incremental Just-in-Time-Compilation. Das heißt, es muss nicht immer, wenn ein Code-Change war, wenn ein Teil des Codes geändert wurde, muss nicht der gesamte Code neu kompiliert werden, sondern es kann eben nur der Teil, der sich verändert hat, neu kompiliert werden und quasi on top von den bereits kompilierten Sachen wieder hinzugefügt werden bzw. ersetzt werden. Dadurch kann die Kompilierungszeit sehr, sehr schnell sein und man kann auch Features entwickeln, wie etwa in Flutter das Hot-Reload-Feature, wo, sobald man den UI-Code irgendwie angefasst hat, sobald man da was verändert hat, man einfach nur speichert und es sofort im Emulator oder auf dem Testgerät oder wo auch immer man gerade die App laufen hat, sofort auftaucht und man quasi live die UI-Änderungen, die man im Code gemacht hat, sehen kann. Und der Knackpunkt dabei ist, dass man dabei den State nicht verliert. Die App bleibt im selben State, es läuft einfach das Programm weiter, aber der Code wurde ausgetauscht. Das kann natürlich wirklich super sein, um schnell Feedback zu bekommen für die Änderungen, die man macht und das kann natürlich auch im Server-Bereich sinnvoll sein. Etwa, wenn man einfach ein Set an Tests sich erstellt und probiert, Test-Driven-Development zu machen. Einfach mit jeder Code-Änderung schnell der Code kompiliert wird und die Tests ausgeführt werden und man sofort Feedback bekommt, ob neue Tests fehlen, ob Tests, die vorher gefällt sind, jetzt grün werden. Das ist theoretisch ein super Konzept. Muss allerdings im Code irgendwie, ja, es muss ermöglicht werden durch den eigenen Code. Also es funktioniert nicht einfach so. Das Hot-Reload-Feature, das muss man schon irgendwie einbauen in seine Architektur. Da gibt es leider nicht wirklich gute Ready-to-Use-Solutions. Also es gibt keine wirklich Lösung, die man jetzt irgendwie in Production vernünftig nutzen könnte. Es gibt immer mal wieder Attempts von Leuten, dass die Packages veröffentlichen, die das können, die dann nicht so ganz funktionieren und dann nie geupdatet werden. Dadurch, dass Dart eben für Serverentwicklung nicht gerade populär ist, sondern eher sehr obskur, ist da das Angebot leider etwas mager. Schauen wir uns mal an, wie es mit dem Server-Framework aussieht. In Dart gibt es das Shelf-Package. Das ist ein offizielles Package vom Dart-Team. Mit dem kann man einen Web-Server in Dart entwickeln und das gibt einem ein grundlegendes Framework dafür. Mit dem Package, da kann man einiges mitmachen. Es ist generell sehr offen aufgebaut, aber bringt eben auch noch nicht so viel mit. Man kann da Middleware registrieren, man kann da Händler dann registrieren. Und grundsätzlich ist eben das Konzept, dass man eine Pipeline hat, sieht man hier in Zeile 18. Und diese Pipeline bildet quasi einmal den Weg von Request zu Response ab. Und zwischendurch kann dann eben eine Middleware wie in dem Beispiel die Requests loggen oder irgendwie das Content Encoding ändern oder ja, was man möchte eigentlich. Am Ende steht dann irgendwie immer ein Händler, der dann tatsächlich irgendwie Business-Logik macht, der dann irgendwie tatsächlich was mit dem Request macht und daraus eine Response macht. In dem Fall hier ist das ganz einfach. Der nimmt einfach die Message, die aus dem Pfad gepasst wurde und gibt die als Response zurück. Mit dem Beispiel gibt es natürlich direkt ein paar Problemchen, die Routes so zu konfigurieren. Wie in dem Beispiel wird natürlich, sobald man irgendwie ernsthaft ein Backend damit schreiben möchte, sehr, sehr unübersichtlich. Auch dadurch, dass der eigentliche Händler so disconnected ist von dem Ort, wo man dann die Route definiert. Die Namen für, die Parameternamen, also hier zum Beispiel dieses Message, was aus dem Pfad gepasst wurde, muss man dann auch wieder manuell aus dem Request rausholen, weil es eben nicht wirklich als extra Parameter an dieser Methode sein kann. Und da sieht man natürlich sofort die Möglichkeit, dass es vielleicht ein Typo gibt, entweder bei der Deklaration der Route oder dann, wo der Parameter rausgeholt wird aus dem Request. Das ist natürlich ein Problem, vor allem, weil es erst zu Runtime auffallen würde. Das ist nichts, was der Compiler irgendwie auffangen kann. Ein weiteres großes Problem ist natürlich, hey, wir haben diese JSON-Encode- und JSON-Decode-Methoden, die wir vorhin schon mal kurz gesehen haben. Die können aber auch nur simple Dart-Typen deserialisieren und serialisieren zu JSON. Wenn wir jetzt tatsächlich Dart-Objekte haben, mit denen wir irgendwie arbeiten, dann wollen wir die eben auch direkt serialisieren und wir wollen nicht selber den Code schreiben, der aus dem Dart-Objekt dann irgendwie ein JSON-Objekt macht. Aber das gibt es erst mal nicht. Das hat das Shelf-Package erst mal nicht mit drin. Stattdessen muss man da ein wenig kreativer werden, denn es gibt keine Dart-Reflection. Das heißt, ein Dart-Programm kann nicht irgendwie, kann nicht auf sich selber schauen, hat keine Introspection, es kann nicht wirklich Metadaten über das Programm selber zur Runtime herausfinden und vor allem kann es auch keine Dynamic Invocation machen. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen String mit einem Methodennamen hat, kann man nicht basierend darauf dann die Methode mit dem Namen aufrufen. Es muss quasi alle Informationen zur Compile-Zeit schon da sein. Das ist irgendwo das Ziel von der ganzen Sache, dass eben möglichst viele Informationen zur Compile-Zeit für den Compiler schon verfügbar sind, einfach damit er seine Arbeit besser machen kann und um Probleme aus der Runtime zu Compile-Time zu bringen. Stattdessen kann man um das Problem ein wenig herumarbeiten, indem man Code-Generation-Packages nutzt. Es gibt das offizielle Build-Runner-Package, mit dem man eben Code-Generation-Tasks ausführen kann. Da können sich andere Packages reinhucken und man muss dann nur diesen Build-Runner einmal laufen lassen. Mit einem Command hat man dann alle Code-Generation-Packages ausgeführt, die man in seinem Projekt hat. Dieser Build-Runner hat auch einen Watch-Mode, wo er eben einen File-Watcher ausführt. Sobald man dann irgendwie Dateien ändert, bekommt man sofort auch incremental seinen Code wieder neu generiert. Damit hat man dann wieder auch einen relativ engen Feedback-Cycle beim Entwickeln. Für JSON-Serialisierung gibt es ein schönes Package, da macht man einfach eine Annotation an die Datklasse, die man serialisiert haben möchte und es generiert einem dann eben eine To-JSON-Methode oder eine From-JSON-Factory-Methode. Und für die Shelf-Router-Generation gibt es eben auch ein Package. Damit kann man dann, das zeige ich auch gleich nochmal, damit kann man dann eben dieses Routing ein wenig vereinfachen. Der generierte Code, der ist auch nett, weil er eben einfach Dart-Code ist. Wenn man wissen will, wie es funktioniert, kann man einfach in die generierte Datei reinschauen und wenn man Dart versteht, dann versteht man auch, was da drin steht und dann weiß man, was da vor sich geht. Da ist nicht wirklich irgendwelche Magie, die man nicht wirklich durchblicken kann. Schlecht daran ist allerdings, der Build-Runner ist ziemlich langsam. Oft braucht dieser Build-Runner, wenn man den einfach von vorne bis hinten einmal durchlaufen lässt, braucht er dafür länger als die eigentliche Dart-Kompilierung, die man später macht. Das ist besonders, fällt das natürlich auf, wenn man zum Beispiel CI-Jobs hat, wo man jedes Mal bei Null anfängt natürlich oder wenn man ein Docker-File bauen möchte, potenziell auch in der CI. Da muss man dann eben in Kauf nehmen, dass der ganze Prozess ein wenig länger dauert, dadurch, dass man die Code-Generation nutzt. Außerdem ist immer noch ein wenig Magie involviert, weil obwohl der generierte Code einfach nur Dart ist und immerhin zur Compile-Zeit schon da ist, haben wir wenig Einblick immer in den Prozess, wie der Code generiert wird. Das heißt, wenn dabei was schief geht, beim Generieren des Codes, dann ist das immer sehr schwierig zu debuggen. Der generierte Code wird außerdem immer in denselben Ordner, in dieselbe Ordnerstruktur neben die Dateien gelegt, wo der generierte Code quasi zugehört. Das ist natürlich ungünstig, gerade in Verbindung mit der Tatsache, dass es auch kein Naming-Pattern gibt, an das sich alle Packages halten und man so irgendwie die Ausnahmeregelungen in allen möglichen Tools machen muss für Naming-Pattern, die man nicht unbedingt alle durchblickt und die vor allem sich auch verändern können, wenn man neue Packages hinzuholt. Und dann muss man irgendwie seine Git-Ignore, seinen Linter und alles konfigurieren, sodass es eben mit diesen generierten Dateien richtig arbeitet, beziehungsweise ignoriert. Was im Beispiel von dem Linter besonders deshalb wichtig ist, weil der Code, der in diesen generierten Dateien ist, oft dann auch nicht nur vom Formatting, sondern manchmal, also oft auch von der Code-Qualität, nicht das Beste ist. Das kommt aufs Package an, aber oft ist das auch dadurch, dass es eben generierter Code ist und die Aufgabe, Code zu generieren, nicht ganz trivial ist, ist das manchmal nicht so schön. Am Beispiel von Shelf nochmal, mit dem Router-Generation-Code-Generation-Package. Hier sehen wir als erstes diese Part-Instruction, die wir am Anfang der Datei haben. Die sagt einfach nur, hey, dieses Modul ist ein Modul, besteht aber aus zwei Dateien und der andere Teil dieses Moduls ist in der Datei server-generated.g.dat. Dadurch, dass man das als ein Modul, also dadurch, dass man den eigenen Code und den generierten Code als ein Modul behandelt, kann man eben auf private Member von der generierten Datei zugreifen und andersrum kann der generierte Code eben auch auf private Member aus dem eigenen Modul zugreifen und man muss nicht alles exposen aus dem Modul. Mit dieser AddRoute-Annotation an unserem Händler hier können wir dann sagen, hey, dieser HTTP-Pfad für GetRequests soll bitte zu diesem Händler führen und das Code-Generation-Plugin generiert dann automatisch einen Router, der alle annotierten Methoden quasi berücksichtigt und diesen Router, den sehen wir dann bei diesem Getter für den Router mit diesem merkwürdigen Dollarzeichen im Namen. Das ist dann der generierte Router, der automatisch eben erstellt wurde. Das Ganze macht es schon mal um einiges angenehmer, mit diesem Shelf-Package zu arbeiten, auch dadurch, dass man eben jetzt diesen Parameter Message direkt als Methoden-Parameter angeben kann und den nicht manuell irgendwie aus dem Request rauslesen muss. Und ja, das ist nur ein Beispiel, der es eben irgendwo netter macht, mit dem Ganzen zu arbeiten. Aber die Frage ist, warum tun wir uns das überhaupt an? Warum machen wir es nicht einfach wie etwa Sprachen wie Java, wo dann oft einfach die JSON-Serialisierung etwa komplett auf Reflection beruht und ja, auch ziemlich gut funktioniert und irgendwo einfacher ist, weil man gar nicht selber was machen muss, sondern einfach Klassen, die man reinwirft, können einfach sehr realisiert werden. Das liegt daran, dass ich vorher nicht ganz die ganze Wahrheit erzählt habe. Dart lässt sich nämlich nicht nur Just-in-Time kompilieren, sondern auch Ahead-of-Time. Die Ahead-of-Time-Kompilierung heißt, das ganze, das Programm wird beim Kompilieren direkt zum Maschinencode kompiliert für eine bestimmte Architektur und man bekommt am Ende eine Executable raus. Dann muss man nicht mehr die Dart-SDK installieren, um das Programm auszuführen und die Dart-Runtime für Type-Checking, den Garbage-Collector und so weiter ist in der Executable dann mit inbegriffen. Diese ganzen Limitations, die wir hatten, diese ganzen Einschränkungen dadurch, dass wir keine Reflection haben, das ist einfach, um dem Compiler möglichst viele Informationen zur Compile-Zeit zu geben, damit er eben gute statischen Analysen machen kann, damit er basierend darauf unbenutzten Code wegschmeißen kann und eben das Programm auch im Voraus optimieren, ohne dass er darauf warten muss, die Runtime irgendwie zu kennen, das Verhalten zur Runtime. Diese Ahead-of-Time-Kompilation, die unterstützt dieselben Targets wie die Just-in-Time-Kompilation. Natively kann erstmal zu den gängigsten Prozessor-Architekturen kompiliert werden, bis auf zu x86, was das Dart-Team nicht mehr als sinnvoll erachtet hat, das zu supporten, da sich alles eigentlich nur noch zu AMD64 bewegt oder eben ARM. Besonderer Fall ist noch, dass sich Dart auch zu JavaScript kompilieren lässt. Das ist auch ursprünglich auch dessen geschuldet, dass Dart natürlich in der ersten Version sehr auf das Web fokussiert war, sehr auf Webbrowser fokussiert war und damals noch JavaScript ablösen wollte. Und jetzt ist quasi die Alternative, dass Dart sich einfach zu JavaScript kompilieren lässt. Man ist da natürlich ein wenig eingeschränkt in den Dart-Features, die man nutzen kann, aber eigentlich nur, wenn es daran liegt, dass man Sachen einfach im Browser nicht machen kann oder in JavaScript nicht machen kann. Grundsätzlich ist aber jedes valide Dart-Programm auch einwandfrei zu JavaScript ohne Probleme kompilierbar. Ein prominentes Beispiel dafür ist Dart-Sess. Das ist eine CSS-Precompiler-Sprache und bzw. der Compiler dafür. Und das hat Node-Sess abgelöst, was es vorher gab, wofür sich dann keine Maintainer mehr gefunden haben. Dart-Sess lässt sich eben auch zu JavaScript kompilieren, wird dann auch in MPM gepackaged, in MPM gepublished, sodass die Web-Developer, die natürlich lieber ein JavaScript-Package benutzen als ein Dart-Package, das einfach haben, das zu nutzen. Aber man kann auch den nativ kompilierten Dart-Sess-Compiler nutzen und hat dann nochmal ein wenig bessere Performance damit. Ja, schauen wir mal weiter. Wie würde man denn ein Dart-Server-Programm, wenn man es jetzt tatsächlich ausgeschrieben hat, wie würde man das tatsächlich packagen? Ich gehe jetzt einfach mal grundsätzlich davon aus, dass wir ein Container-Image davon machen möchten. Und da kann man das exzellente Dart-Container-Image, das es auf Docker-Hub gibt, nutzen, darauf aufbauen, einfach in diesem Dart-Image den eigenen Code reinladen, die Dependencies installieren und das dann eben ahead of time kompilieren. Am Ende haben wir dann hier App-Bin-Server unsere Executable, die Standalone-Executable. Danach brauchen wir das Dart-SDK überhaupt nicht mehr. Danach brauchen wir dieses große Image, in dem wir hier bauen, überhaupt nicht mehr. Und daher können wir einfach einen zweiten Schritt machen und von Scratch starten. Wem das nichts sagt, das ist einfach ein leeres Container-Image, in dem nichts ist, können aus dem net bereitgestellten Runtime-Ordner aus dem Dart-Image, den Google da netterweise inkludiert hat, direkt die minimale Runtime für ein Container-Image quasi rüberkopieren zum Root-Pfad in Scratch. Da sind dann Sachen drin wie Root-Zertifikate und ein wenig, ja, eben die absoluten Basics, damit ein Container laufen kann. Und am Ende müssen wir nur noch unsere eine Executable rüberkopieren in das Image, das wir jetzt bauen. Und dieses Image, das wir from scratch gestartet haben, ist dann das Einzige, was als Output von diesem Docker-File rauskommt. Und typischerweise, selbst wenn es ein bisschen größer wird, das Backend, dann ist das Image, das da rauskommt, wirklich sehr, sehr klein. Üblicherweise ist das zwischen 10 und 20 MB groß nur. Als Referenz etwa das OpenJDK 17 Image, selbst das Slim-Image, das dann auf Debian Slim basiert und schon klein sein soll, ist etwa 400 MB groß. Und sogar, ja, sogar die Alpine-Variante, die dann extra klein sein soll, auch wenn man damit manchmal Probleme hat, ist 300 MB noch groß. Und dagegen ist dieses Image, das man dann fertig so deployen kann, mit 10 MB, natürlich schon, hat schon ziemlich einen Vorteil. Am Ende bleibt aber die Frage, ist es denn jetzt geeignet? Ist es eine gute Sprache, um damit tatsächlich ein Backend zu entwickeln? Und ich würde sagen, technisch, erst mal, es hat ein paar, erst mal ja, es ist grundsätzlich, ist die Sprache voll geeignet dafür. Die Ahead-of-Time-Compilation bringt uns auch super schnelle Start-up-Times, das heißt, wir haben nicht irgendwie eine Warm-up-Phase am Anfang, wenn wir das Programm ausführen, es ist sofort da, läuft sofort und ist sofort optimiert. Das ist natürlich super, wenn man Situationen hat, wo man schnell irgendwie horizontal skalieren will, wenn man Serverless-Workloads hat, die sofort loslegen sollten, wenn man in Kubernetes irgendwie die Pods skalieren möchte. In Kubernetes kann es dann natürlich auch sinnvoll sein, wenn man skaliert über mehrere Nodes. Jede Node muss erst das Image runterladen. Da kommt dann auch die wirklich kleine Image-Size wieder zugute. Je kleiner die Image-Size ist, desto weniger lange braucht eine Kubernetes-Node, um dieses Image zu pullen, bevor es das ausführen kann. Natürlich ist das in der Regel relativ egal, weil das vernachlässigbar ist. Ein Server hat eine gute Netzwerkanbindung und hat da nicht so riesen Probleme mit. Aber wenn es hart auf hart kommt und wenn man sowieso schon hoch skaliert, weil man irgendwie am Limit läuft von dem aktuellen Scaling, dann kann es schon gut sein, wenn die App 10 MB statt 1 GB groß ist. Das Concurrency-Model ist außerdem ein super Fit für die Art, wie die Server-Software in der Regel funktioniert, also für die Workloads, die Server-Software in der Regel hat. Nämlich man ist eigentlich immer nur an allen Ecken am Warten auf irgendwelche IO-Tasks, auf Netzwerk-Operationen, auf File-System, auf Datenbank-Aufrufe, auf irgendwie sowas. Und da braucht man eigentlich gar nicht immer unbedingt mehrere Threads. Eigentlich ist viel wichtiger, dass man eben viele Sachen gleichzeitig machen kann. Ja, und neben der Ahead-of-Time-Compilation, das haben natürlich viele Sprachen, aber gerade die Flexibilität, dass man das Programm auch just in time ausführen kann und so sehr schnelle Feedback-Looks beim Entwickeln haben kann, das ist auch ein Riesenvorteil für Dart. Und gerade die Tatsache, dass es dann keine Überraschungen gibt, wenn man für Ahead-of-Time-Kompiliert, wenn man vorher nur mit just in time getestet hat, ist ein Riesenvorteil in meinen Augen. Ich habe neulich erst damit herum experimentiert, Java oder Kotlin dann mit GraalVM oder Quarkus native zu kompilieren und da hatte ich sehr, sehr viele Probleme damit, dass eben die Ahead-of-Time-Kompilierte Variante einfach zu Runtime dann Sachen fehlschlagen oder es sich gar nicht erst kompilieren lässt für Features, die eben in der just in time Variante einfach funktioniert haben oder in den Tests auch einfach durchliefen. Dann aber Ahead-of-Time-Kompiliert nicht mehr funktionieren. Das will man natürlich nicht. Man will ja eigentlich gerade, dass es fehlschlägt, während man es noch auf dem eigenen Rechner hat und noch daran entwickelt, damit man es noch lösen kann und nicht erst, wenn man es auf dem Server deployt. Trotz dieser guten Punkte würde ich allerdings nicht sagen, dass Dart jetzt eine gute Backend-Entwicklungssprache ist. Es fehlt einfach zu viel von dem Ökosystem nur wirklich grundlegende Funktionen kann man einfach so bekommen, indem man sich irgendwie ein Package reinzählt und benutzt. Viele Packages, die irgendwie erweiterte Features darauf aufbauend anbieten, sind entweder noch sehr, sehr unreif oder schon alt genug, dass die Entwickler aufgegeben haben, weil einfach nicht genug Leute es nutzen. Dadurch, dass diese Sprache eben auch die ganzen Limitierungen hat auf was Reflection und so weiter angeht, ist es auch schwierig, Observability in das Programm hereinzubekommen und zum Beispiel herauszufinden, warum bestimmte Requests jetzt lange dauern und wie da, wo da die Hot-Code-Paths sind innerhalb des Programms. Schwierig auszufinden, schwierig vor allem einzubauen, ein Tool, das einem das sagen könnte, dadurch, dass eben die Introspection nicht da ist und so ein Tool irgendwie schwierige, schwierige, ja, einen schwierigen Job hätte. Und zu guter Letzt muss man natürlich auch sagen, das hier in Production zu benutzen, das hier tatsächlich irgendwie für ernstzunehmende Software zu nutzen, wäre wahrscheinlich auch deshalb alleine keine gute Idee, weil das Dart-Team ganz klar sagt, deren Fokus ist auf Client-Software, die entwickeln Dart vor allem für, ja, für Client-Software wie Flutter-Apps, Flutter-Desktop-Apps für Web-Apps, aber eben überhaupt nicht für Server-Software. Auch wenn zum Beispiel das Shelf-Package von dem Dart-Team selber ist, man merkt doch, dass es eben, es ist da, aber es wird jetzt nicht großartig weiterentwickelt und man müsste auch davon ausgehen, wenn da irgendwo größere Probleme auftauchen, dass es vielleicht mal länger dauern kann, bis das gelöst wird. Ja, damit komme ich auch schon zum Ende. Wir haben einerseits, darf ich euch hinweisen, wir haben eine schöne neue Tech-Talk-App von Korsi selber entwickelt. Das haben meine ehemaligen Kollegen sehr schön gemacht. Da könnt ihr eine Übersicht über alle Talks sehen, ihr könnt die Talks in der App sehen und euch natürlich auch immer anschauen, was als nächstes für einen Tech-Talk ansteht und wann. Ich gebe euch mal noch drei Sekunden Zeit, um den QR-Code zu scannen. Aber ich glaube, das muss dann auch mal reichen für euch. Ich hoffe, ihr wart nicht zu langsam. Nächsten Monat gibt es einen Talk von Nils, der erhält einen Einführungstalk in GitLab CI für Frontend-Entwickler. Das macht er so, dass es eben relativ, dass man da auch einsteigerfreundlich mal zuhören kann und sich ein bisschen rantrauen kann an das Thema. Man muss da kein Experte sein, um zuzuschauen. Ja, an dem Punkt danke für eure Aufmerksamkeit und dann würde ich sagen, schauen wir mal in die Fragerunde.